Das ist ja noch so, dass ich gegen Mafo spiele. Das war Schiff. Schiff. Wer hast du gegen Ofos gespielt? Wie viel? Dann musst du gegen Ofos spielen, ja. Wir müssen mal hier im Stream updaten. Das ist doch mein Schletter. Wer ist das jetzt? Was? Hast du gerade gezeigt, welche Runde es ist? Ne, ne, wer das ist. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Vielen Dank. Wenn man den Boden diffusieren, das würde ich... Äh... Man nimmt sich ja nicht auf den Ruhelraum. Naja, weil es sich jetzt so ein bisschen schuld ist. Ja, Ruhlstrücken. Ja, hier merkt man immer noch. Nicht kaputt machen. Ja, also hier ist irgendwas. Hier ist das Beste, weil ich hier raufelbe da... Da ist irgendein Brettteil großartig. Ich habe immer nur so eine halbe Stunde für jeden Charakter. Spaß danach wechseln und wie auch mal Dissens. Welche Hochzeit? Ich habe immer das Gefühl, dass ich so voll unhöflich bin, wenn ich gegen meine Demplay-Partner, so werde ich einfach... Falko, Falcon, Peach, Sheik, weil es halt wirklich so Dissens-Backer ist. Also ich werde immer so... Ja, aber es macht irgendwie auch... Ich finde, jeder Charakter macht irgendwie Spaß, der spielt irgendwie in seiner Art. Ich finde, Emili fühlt sich auch immer viel Respektvoller an, als in einem Spiel, wenn man den Charakter wechselt. Bei Brawl zum Beispiel, habe ich kaum mal zwei Menschen das gleiche gespielt. Weil Brawl halt so, wie so ein Core-Game fährt, da keiner groß Kohlen ist. Und wie findest du, dass der tausendste Iron Man nicht wiederkommt? Wenn es Corel nicht gegeben hätte, würde ich mich überhaupt nicht drüber ärgern. Bei Playhouse ist das halt schon ein geiles Spiel, ne? Aber Corrin hat überhaupt nichts gespielt bei Brawl. Ich finde, ich bin halt wirklich drüber, dass es so viele... ähm... Sward-Karaterien gibt. Sward-Karaterien gibt. Schward-Karaterien... Vor allem nach... Ich... Ich reg mich mal auf, dass die sich Lego-Fall-Einens-Spiel gebracht haben. Nach Heroes hätte es eigentlich genug sein können. Nach Heroes hätte es eigentlich genug sein können. Ja. Ja. Ich... Ich... Ich finde, die Uhr ist so... Ich... 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 Ich hab mich so leid, ich hab auch... Ich hab mich so... ... in der Fahner halt in der... ... gespielt hat, in der Wahrheit so... Ich wollte das nicht lesen, weil ich... ... was ist denn alles im Chat? Niemand, glaube ich. Da hat das letzte Mal wer vor eine halbe Stunde... ... es wollte noch drei, vier Stunden gespen 간단 Ing. Glippt schon ruhig, Leute. Am Mutter, Moonbot ist richtig treu, der ist irgendwie immer dabei. Nightbot ist besser. Hat noch nicht mal ge... Sind die Bobs subscribed automatisch? Nee. Ist schlimm, oder? Gucke, Nightbot ist der Beste. Stimmt. Nur wegen Marth habe ich jetzt... Die Marth will ich fast nur noch schieben, das ist echt lustig. Weil Falco muss man so dumm spielen, einfach nur die ganze Laser canceln. Weißt du, was Scheiße ist? Ist weil man die Woche so will irgendwer spielen und dann läuft so drei Marth mehr ins Jahr und dann kommt man schon von Marth mehr. Das war echt nicht so. Also hier haben sie auch noch nicht so angeküsst, die haben. Ich muss mal ein Faser streiten, der Wacht wird. Wie oft in einer Klinik ist der Wacht. Was? Ich muss ja auch dann umdenken. Da kannst du ja auch schon sagen, wie du. Nein. Ey, man kann es ja nicht. So ein Däniges. Ich bin auch noch ein Winner-Siegelist. Auf meinem ersten Spiel. Gegen Sieg. Sieg. Naja, irgendwie funktioniert... Ist das für den Rest noch gut. Ja, zwei. Ich glaube, sie hat nicht mehr Aktivität. Ist das schon wieder Rest 3 vielleicht. Ja, stimmt, glaube ich. Ich habe auch nicht aufgepasst, du Raga als erste Match geworden. Da hat Juggles den Cupback gekriegt. Und jetzt hat Juggles den Dreamland-Counterback gekriegt. Das ist natürlich immer heftig. Ich will mal eins im Aufnicht haben. Ich dachte nicht, dass das Gerät stichtbar ist in der Welt. Das Gerät stichtbar ist. Das Gerät stichtbar ist. Das Gerät stichtbar. Das Gerät stichtbar ist. 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 Ich glaube, ich habe nie so viel gelernt in diesen zwei Streams. Ich muss hier immer schon mal reinzupfen. Obwohl, die werden ja lange erst noch. Ja. Einmal steht jetzt Young Link. Und dann noch irgendwie bis danach oder davor. Das Gerät stichtbar ist. Das Gerät stichtbar ist. Der ist so bescheiden. Der wird da gebracht. Von wegen, glaubst du, ein Young Link könnte das Turnier gewinnen? Der meinte so, er wüsste es nicht. Der Young Link müsste schon ziemlich gut sein. Und Bambi könnte das schaffen so. Hat er überhaupt nicht über sich selber geredet. Welches Turnier? Äh, nee, einfach Wunden Turnier. Und ich mein... Es ist schon so krass mit Young Link. Und der meint immer nur, er kennt sich gar nicht mit dem Wurzel richtig aus. Er wüsste gar nicht, was man gegen Fox und Pipe machen soll. Aber Young Bambi würde ihm Mut geben. Ja. Mehr in Flays ist ganz gut gegen Fox. Das habe ich so eine Nervenverweilung. Sonst, ja. Geht gut. Ja, ich mein, okay. Aber ich hab schon das Gefühl, dass es kein Größeres der Schwarz ist. Und so ein Ding wird. Da kann man so gut drauf. Ja. Und sich nur hat abonniert. Das ist ja nicht hier. Ist das nicht Tapsis? Was denn? Ja. Ja.